Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play 60 Seconds. Wir müssen immer noch dieses verdammte Chief-Wild bekommen. Mann ey, lass mir dieser Karte, dass nur noch die Karte gefehlt hat. Mann, dieser Part. Ich träume jede Nacht von ihm. Was wir nur gemacht haben. Mann, was wir falsch gemacht haben. Es ist wie ein Albtraum. Es geht nicht mehr weg. Okay, nehmen wir hier Essen und Trinken mit. So, zack. Okay, und ich glaube, ich nehme die nochmal alle Familienmitglieder mit. Oder versuche es zumindest. Zack. 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 Radio. Das. Rein. Taschenlampe. Komm schon. Da ist die Waffe. Die Waffe. Rein. Ah, Medikit. Spray. Ist immer gut. Kann man mal gebrauchen. Karte mitnehmen. Rein. Nehmen das Buch. Essen. Axt. Timmy. Oh Gott, ich war richtig. Ich war noch im richtigen Zeitpunkt da. Und wir haben alle Familienmitglieder. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oder nicht. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Mein Greenscreen ist hier nicht ganz richtig, ne? Jetzt. Einfach Lampen anmachen. Das ist immer gut. So gut. Okay. Tag 1. Wir haben wenig Essen und wenig Trinken. Okay, relativ essen. Aber wenig trinken. Und... Wir haben alles dabei, ne? Alles Wichtige? Ja. Haben wir. Sehr gut. Und... Ähm... Düm, 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 düm. Yeah, yeah, yeah. Ja. Erst mal trinken. Danach. Nach diesem Tag. Ja. Mit einer Hand eine Flasche aufkriegen ist echt nicht leicht. Ja. Ach komm schon, dein Ernst. Danke. Ja. Ah. Gut, wen schicken wir raus? Ähm. Ich glaube Dolores. Mit der Gasmaske. Ist ein guter Plan. Glaube ich. Dolores rausschicken. Hoffentlich bringt sie viel Trinken und Essen mit. Wir brauchen viel Trinken und Essen. Viel Trinken und Essen. Radio Sender im Riemen. Ja, okay. Radio hören. Ist immer gut. Und es geht noch. Ist noch nicht kaputt, okay? Mein Sound. So, trinken. Wir benutzen das Spray nicht. Wir benutzen das Buch. Das Buch. Ja, okay. Hungrig. Haben Mary Jane auch Hunger? Nein. Also nur Timmy und Ted. Ja, wir hören Radio. Damit wir nicht verrückt werden. Obwohl wir das Achievement ja auch holen müssen. Und es wäre halt schon gut. Okay, sie braucht Essen jetzt. Das Madhouse Achievement heißt das, ne? Ich glaube, es ist Madhouse. Müssen wir alle in unserem Bunker verrückt kriegen? Alle gleichzeitig. Also alle vier. Es müssen auch alle vier sein. Nicht nur, wenn wir drei nur mitgenommen haben. Drei verrückt. Das geht nicht. Es müssen alle sein. Und ich glaube, Dolores. Danke. Sie hat eine Flasche Wasser mitgebracht. Ne, zwei glaube ich, ne? Ja, zwei Flaschen Wasser. Schöne Sache. Noch unbedingt was zu trinken. Trinken. Dolores braucht Essen. Starten wir eine Expedition. Wir nutzen die Axt. Alles klar. Dadurch kriegen wir, glaube ich, Essen, oder? Ne. Mir ist aus hier nicht. Ne. Gut. Gut. Sie brauchen was zu trinken. Dolores braucht noch Essen. Kriegt aber auch Trinken. Und wir schicken Timmy mit der Gasmaske raus. Wenn Mary Jane drin bleibt, ist alles okay. Weil dann könnte sie halt mutieren. Wenn diese grüne Pfütze wieder auftaucht. Wenn das überhaupt wirklich noch geht. Oder wenn es wirklich so geht, meine ich. Äh, sie braucht unbedingt was zu essen. Immer noch. Ei, ei, ei. Mary Jane auch? Ne, ne? Dad auch nicht. Okay. Radiohören ist gut. Es ist nicht kaputt gegangen. Okay. Keine Sorgen. Okay. Alles gut mit den Leutchens. Ne. Wir haben keine Munition für ihn. Okay. Schade. Schade, schade. So, Mary Jane braucht Essen. Trinken in zwei Tagen. Genau. Okay, Mary Jane kriegt Essen. Tim, 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 Tim. Äh, okay. Trinken, trinken. Ted hat Hunger. Okay. Kein Event leider. Schade. Tim, Tim, Tim ist wieder da. Perfekt zum Trinkentag. Was hat er denn mitgebracht? Zwei Flaschen Wasser. Das ist schön. Hungrig ist Tim auch. Das heißt, er kriegt noch Essen. Und wir müssen schicken Ted raus an die Telefonzelle. Okay, Dolores ist wieder fit. Das heißt, wir können eine Expedition starten. Und Ted könnte damit... Okay, Ted. Äh, Dolores und Tim brauchen Essen. Äh, Dolores ohne Gasmaske. Äh, heine, mäh, 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 mäh. Außer, als hätten sie sich zu Helogin als Ärzte verkleidet. Mäh, mäh. Wasserstoffperoxid übrig haben. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Nee. Ja. Haben wir nicht? Der Tim ist immer noch hungrig. Alter, wie viel Essen brauchst du denn, du Typ? Was ist denn mit dir? Dolores geht mit der Karte mal raus. Ich gebe heute komische Geräusche von mir, ne? Ey, was ist das? Also, wundert mich gerade selber. Ein bisschen. Ted sollte bald was trinken. Tim hier braucht Wasser. Und, äh, Mary Jane auch. Hier haben wir sie mit der Karte rausgeschickt. Ich glaube, das war gerade vom Militär eine Nachricht, oder? Dass wir an den und den Standpunkt gehen. Ja. Ja, okay. Okay, trinken, trinken. Okay. Nee, ich will nicht, dass wir krank werden. Nicht, dass alle krank werden. Das wird dumm. Das wäre nicht gut. Das wäre definitiv nicht gut. Nein, 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 nein. Aber ein Erdbeben wäre schön. Nahrung. Wasser. Okay, alle brauchen Wasser. Mary Jane kriegt noch Essen. Okay, ich glaube wirklich, alle vier mitnehmen ist dumm. Weil dann verbrauchen wir zu viele Vorräte. Viel zu viele Vorräte. Ja, hallo Pancake. Wir haben kaum noch Essen. Dolores muss langsam wiederkommen. Ted's Magenknot. Ja, cool. Dolores. Dicker, wo bleibt die? Wir brauchen Essen. Wasser. Etwas zu essen für Timmy. Okay. Gegen Wasser. Müssen wir nicht machen. Obwohl, vielleicht wäre es gut gewesen. Ja, oder Essen gewesen. Hätte ich was getauscht. Aber Dolores ist wieder da mit keinem Essen. Was? Aber die Karte ist kaputt. Geil. Sechs Flaschen Wasser. Okay, Wasser haben wir genug. Trinken, trinken, nichts gegessen, trinken. Okay, Dolores kriegt Essen. Wir schicken als nächstes Mary Jane raus. Dolores ist nicht krank. Geil. Geil. Aber wir haben auch keine Karte mehr. Was aber auch nicht unbedingt schlimm ist. Das ist vollkommen okay. Mary Jane geht raus. Mit der Taschenlampe. Vielleicht kriegen wir sie kaputt dadurch. Sehr gut. Sehr gut. Dum, 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 dum. Dum, dum. Dum, dum. Wir haben leider nichts zu essen für Pancake. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn wir nichts zu essen für Pancake haben. Äh, zermürbt. Genau, Essen haben wir leider nicht für dich, Dolores. Aber wir können bei den Senioren vorbeischauen. Hoffentlich haben die keine neue Karte. Gut, keine neue Karte, aber auch kein Essen. Schade. Aber ein Brettspiel. Oha. Brettspiel. Yeah. Ja, wir können bei der Regierung nichts machen. Wir müssen halt auf die Zwillinge hoffen. Irgendwie. Äh. Ja. Trinken, trinken. Wir können noch nichts zu trinken geben. Timmis Geburtstag. Nö, wir geben ihm nichts. Er soll verrückt werden. Wir versuchen jetzt eins von den beiden Achievements in Anspruch zu bekommen. Ja. Geil. Geil. Essen. Also okay, alle kriegen trinken und alle kriegen Essen. Wir können Timmy rausschicken. Ach, er sollte lesen, ne? Oh. Habe ich, oder? Sollte er lesen? Ich weiß es nicht. Egal. Timmy soll rausgehen. Mary Jane ist hungrig und die drei sind auch hungrig. Alle außer Timmy kriegen Essen. Okay, dann schicke ich halt Head raus. Aber womit? Soll ich ihm irgendwas mitgeben? Vielleicht die Axt. Vielleicht bringt er dadurch mehr Essen mit. Axt. Axt. Yeah. Vielleicht die Axt, ja. Vielleicht bringt das was. Mary Jane ist hungrig. Dolores ist aber mehr hungrig, weil sie weniger Essen bekommen hat bisher. Das heißt, Dolores kriegt zuerst Essen. Ah. Mann. Wir haben nichts mehr zu essen. Wieder. Erneut. Ja. Komm, gib uns Essen. Viel Essen. Ja. Essen. 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 Geil. Wow. Das ist sehr schön. Schön viel Essen bekommen. Oh, der Run läuft gut. Bisher läuft der Run echt gut. Oh, okay. Genau. Trinken und Timmy sollte etwas essen. Und sonst nichts. Okay. Schön, ey. Schön. Oh, Mann. Geil. Oh. Jetzt noch ein Erdbeben, dass das Radio kaputt geht. Und dann ist alles gut. Schön. Okay. Alles fresh bei den Leutchens. Genau. Geil. 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 Oh, cool. Oh, cool. Oh, ist das cool. Oh, Mann. Ich freue mich gerade. Herrlich. Äh. Wir müssen langweilig bekämpfen. Wir müssen langweilig bekämpfen. Draußen zu gehen und zu bestreiten, Landschaft zu bewundern. Oder was eben verrückt wäre. Sich über die Gero-Kach-Fie fremder Länder. Okay. Wir machen nichts. Werdet verrückt, ihr Leute. Komm, Ted. Sei krank. Er ist nicht krank. Dein Herz? Dein Herz! Okay. Wir müssen noch irgendwie... Äh, genau. Wasser brauchen sie noch. Und Ted braucht unbedingt Essen. Kriegst du auch? Mein Freund. Wir schicken jetzt erstmal keinen mehr raus. Wir schicken jetzt erstmal keinen mehr raus. Nicht, dass sie noch irgendwas Neues mitbringen. Das wollen wir nicht. Wir müssen noch irgendwie... Irgendwie... Weiß ich nicht. Okay, äh... Kein Essen für die Leute. Äh, kein Trinken. Noch nicht. Und Hunger haben sie alle aus. Ted auch nicht. Jetzt haben wir jetzt Schuhe... Hörnräte gebrochen. Sondern letztens... Ja, Dolores geht hin. Ist sie krank? Nein. Was ist denn mit dir? Wir haben nur noch eine Gasmaske. Nein! Shit! Etwas Nahrung. Okay. Alle kriegen Trinken. Und Mary Jane und Ted kriegen Essen. Ja, wir schicken ihn raus. Wir schicken, glaube ich, gleich Dolores mit der Gasmaske raus. Ich glaube schon. Oder? Dolores ohne Gasmaske mit... Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass die irgendwas Neues mitbringen. Das wäre nicht gut. Äh... Essen. Ted hat immer noch Hunger. Okay. Ted und Timmy. Okay, wir brauchen aber neues Essen. Also müssen wir ihn rausschicken. Müssen wir machen. Und wir müssen die Waffe noch Schrott kriegen jetzt bald. Aber das Wichtigste ist eigentlich die Gasmaske. Das Wichtigste ist die Gasmaske, weil die auch ziemlich schwer ist, kaputt zu kriegen, habe ich das Gefühl. Die Waffe ist easy. Einfach nur ein Event mit einer Waffe. Wir können die Waffe auswählen. Sie ist kaputt. Wow. Ist halt nicht so schwer, aber... Ja gut, das Medikett halt, ne? Das müssen wir auch irgendwie noch hinkriegen. Irgendwie. Und Dolores darf jetzt halt nichts irgendwie Falsches mitbringen. Keine neue Karte oder so. Neueste... Ach, kein Taschenlipp oder irgendwas. Das wäre dumm. Äh... Wir können noch warten. Wir trinken einen Tag. Genau. Ja, wir gucken rein. Dolores ist auch wieder da. Die Gasmaske ist wieder kaputt. Keiner ist krank geworden. Sie hat nichts Neues mitgebracht. Sie hat Essen mitgebracht. Oh! Geil. Geil. Und neues Spray. Das ist auch gut. Äh... Genau. Alle kriegen trinken. Hat Mary Jane Hunger? Ne, ne? Nein. Ne, ne? Etwas zu trinken für alle. Und Dolores braucht noch Essen. Wir schicken niemanden raus. Ja, wir essen die Pilze. Komm. Irgendwer ist krank, oder? Der ist krank. Ja. Ja! Nahrung für Mary Jane. Okay. Essen für Mary Jane und Essen für Dolores. Gut. Wir können bei Dolores leider nichts machen. Sie ist jetzt auch krank, aber ist okay. Komm, irgendwas. Dolores braucht Essen. Timmy braucht Essen. Und Ted braucht Essen. Also alle Essen außer Mary Jane. Irgendwas mit der Waffe, Alter. Irgendwas mit der Waffe. Wir müssen unseren Bunker verteidigen oder so. Irgendwas. Irgendwas, bitte. Bitte. Wasser noch zwei Tage warten. Ja. Okay. Lederkopf öffnen wir nicht. Nein. Ist heute der Tag, Leute. Ist heute der Tag. Ist er es? Ich weiß es nicht. Wir hoffen es. Wir hoffen es. Okay. Wir können Dolores wieder heilen. Sehr gut. Sehr gut. Ted ist auch krank. Das heißt, wir heilen Ted. Wieso ist Ted eigentlich jetzt krank geworden? Trinken. Alle brauchen trinken. Keiner braucht Essen. Alles klar. Wir heilen Ted. Okay. Gesundheit. Keiner hat Hunger. Okay. Damit kann ich leben? Nein. Wir öffnen die Tür nicht. Ted ist verrückt. Ich habe gerade eher auf Dolores gehofft. Aber okay. Keiner braucht Essen oder so. Okay. Okay. Nachbarin einbrechen. Nein. Nicht, dass wir neue Karte oder so kriegen. Wir haben noch genug Essen, um ein paar Tage zu überleben. Und Ted ist wieder normal geworden. Okay. Dolores könnte wieder rausgehen. Meine Jane braucht Essen. Ted braucht Essen. Dolores braucht Essen. Und Timi braucht Essen. Alle brauchen Essen. Okay. Ist okay. Trinken können wir noch zwei Tage. Also, einen Tag jetzt noch warten. Wasser, 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 Wasser. Wow. Mann, irgendwas mit der Waffe. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Komm schon. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich will dieses verdammte Achievement haben. Ich will nicht mehr länger alles versuchen kaputt zu kriegen. Ah. Das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Nein. Ihr nehmt nicht von den Reichen. Denn momentan sind wir reich. Ist zwar alles kaputt, aber es ist alles vorhanden. Komm schon. Irgendwas. Timi ist artig. Jedenfalls war er das vor fünf Minuten. Okay. Dolores Krankheit macht ihr zu schaffen. Ich glaube, die ist bald weg. Bald ist sie nicht mehr da. Bald ist sie nicht mehr da. Da, 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 da. Hat sich nicht gebessert. Okay. Ich dachte gerade, hä? Hat sie sich erholt? Wie, was? Hä? Nein. Wir reden nicht mit ihr. Komm, sei verrückt. Sei verrückt. Sei verrückt. Hier ist nicht verrückt. Nein, jetzt. Mann. Können wir was mit Wasser? Genau. Die alle brauchen Wasser. Kriegen sie aber nicht jetzt. Nein. Wir reparieren die Gasmaske nicht. Das wäre dumm. Das wäre sehr dumm. Mann. Ach, komm schon, Mann. Irgendwas mit der Waffe. Ich will doch nur diese verkackte Waffe noch kaputt kriegen. Bitte. Wir brauchen bald wieder Vorräte, Mann. Das ist so scheiße. Komm schon, dieses Spiel mobbt mich. Aber so hart, ey. So hart. Ohne Witz. Das ist doch richtig gemein. Bitte gib uns nur Essen. Oh. Nein, unsere Waffe. Was ist das denn? Nicht dein Ernst. Was? Das ist nicht dein Ernst. Oh, komm schon. Ach, halt die Fresse. Mann. Dein Ernst. Das wäre schon wieder. Nein. Ich sterbe. Ich sterbe hier. Mann. Es sind alle verrückt geworden. Hol eine Waffe, Tammy. Hol eine Waffe. Oh Gott. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Oh, dieses Spiel mobbt mich so hart. Es ist so ein gemeines Spiel. So ein verdammt gemeines Spiel. Nein. Wir brauchen eine Waffe. Ey, das ist nicht dein Ernst. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte es nicht machen sollen. Oh, scheiße. Mann. Nein. So. Mann. Alter. Oh. Na klar. Es ist eigene Dummheit. Aber komm schon. Was ist dein Ernst? Ähm. Ja. Komm. Tün. Matthew. Dün. 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 Äh. Okay, Ted und Mary Jane sind, äh, erschöpft, trinken in zwei Tagen. Ted ist nicht wieder, oh nein! Hey, wer schlägt hier Nachttrockner heute? Wir haben Angst, hier zu öffnen, sonst könnte es auch eine gute Nachricht sein. Ich habe ein heuliges Gesicht, wenn wir draußen. Aber nett wäre irgendein Gummer. Danke. Hätten wir uns nicht eine Waffe geben können. Nein! Oh, schade, ich kann den Bunker nicht weiterkonten. Oh Gott, ey, das ist ein... Oh! Oh! Jedenfalls habe ich einen Namen für den Bart, wenn ich ihn nicht packe. Mobbing. Ohne Witz. Eindeutig. Steine kaufen. Ja, wir wollen Steine kaufen. Waffe? Keine Waffe. Ich brauche ein Essen. Aber wir können nichts machen. Wir können niemanden rauslassen. Hey! Wir können niemanden rauslassen. Nein, auch die Gasmaske will ich nicht reparieren lassen. Also, wir können niemanden rauslassen, nicht weil Krankheit, sondern weil verrückt... Weil verrückt! Nein, ich will auch nicht die Taschenlampe reparieren. Gib mir eine Waffe, Mann. Gib mir eine verkackte Waffe. Ja, gleich schicke ich Mary Jane raus. Also, so ist es nicht. Bringt ja eh nichts anderes. Also, es ist ja... Wir brauchen eh Essen. Deswegen. Deswegen. Wir müssen sie halt rausschicken. Sie wird zwar wahrscheinlich nicht zurückkommen. Aber das ist okay. Vielleicht. Vielleicht kommt sie ja trotzdem zu. Man weiß es nicht. Geh einfach, Mary Jane. Mary Jane. Du bist frei. Geh in die weite Welt hinaus. Ich will auch die Karte nicht reparieren. Ich will nichts reparieren. Nichts. Magenknurrt. Magenknurrt. Nächstes. Dim. Dim. Ja, trinken. Noch einen Tag warten. Nein, ich will die Taschenlampe nicht reparieren. Komm schon, Mary Jane. Bitte bring einfach eine Waffe mit. Komm überhaupt erst mal zurück mit Essen. Und eine Waffe wäre halt übel gut. Mary Jane, nein. Mary Jane ist nicht wieder da. Ich brauche eine Waffe. Mann, bitte irgendwie eine Waffe. Oh yeah. Aha. Oder noch 30 Tage überleben. Was glaube ich aber nicht. Denn wir haben keine Silke. baba. Das ist richtigfirst. Ich mach' mitANBAPA. Ah, Mann ey. Ist okay. In einem Tag. Wenn er bis dahin noch da ist. Wir brauchen Essen, Mann. Jetzt Magenknot. Ja, genau deswegen brauchen wir Essen. Mann, nein, ich will die Gasmaske nicht reparieren. Kann mal irgendwie was anderes kommen? Irgendwo, also irgendein Event, dass wir Essen bekommen könnten oder so? Das wäre super. Das wäre echt super. Irgendwas eintauschen gegen Essen oder so. Äh, nö. Mach ich nicht. Warum sollte ich? Bringt ja nichts. Hallo Kakerlackis. Wie geht eine mutierte Kakerlake? Ja, Mann. Ist schon eklig, ne? Ist schon eklig. Die können unseren Bunker gleich gerne übernehmen. Wir haben nämlich kein Essen. Und Ted ist verrückt. Und... Ja. 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 Ha, 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 ha. Aber Ted überlebt ganz schön lange, ne? 89 Tage. Ich glaube, unser Rekord war 88, ne? Ich glaube, unser Rekord war 88 Tage. Vielleicht hilft es jetzt ja. Ende. Ted ist verhungert. Und die Kakerlaken sind weg. Also hat's geholfen. Okay. Mann! Mann! Ah! Ted ist verdurstet? Nee. Hätte... Nee, 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 nee. Ted ist nicht verdurstet. Einen Tag länger hätte er noch aushalten können. Er ist verhungert. Kackspiel. Mann! Ah! Das ist doch scheiße. Das spielbobbt mich so hart. Ah! Das hätte fast funktioniert, Leute. Fast. Ich weiß jedenfalls, wie ich den Bart nennen kann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut... Da rein, na.